Hallo und herzlich willkommen zurück zur F1 2019 Karriere hier auf dem Pixel-Leading-Kanal mit mir, dem Ray. Nach dem glücklichen Sieg in Frankreich steht nun der große Preis von Österreich auf dem Red Bull Ring an und da möchte ich natürlich wieder ein bisschen, naja, von meiner eigenen Leistung besser performen. Wie gerade eben gesagt, glücklicher Sieg in Frankreich, dementsprechend das Ergebnis war super. Ja, da möchte ich gar nicht meckern, wir können ja nochmal auf die letzten Ergebnisse gehen. Vier Siege in Folge und ja, jetzt ist natürlich das große Fragezeichen, schaffe ich auch den fünften Sieg in Folge? Ich habe ja schon so ein bisschen die Angst gehabt und die Sorge, dass euch vielleicht die Karriere ein bisschen langweilt, wenn ich immer gewinne. Aber bis jetzt waren die Rennen an sich trotzdem immer super spannend und ihr habt auch gesagt, ja, ich habe mir ja auch diesen, naja, sagen wir mal Forschungsvorsprung auch verdient, den wir jetzt aktuell im McLaren haben. Außerdem haben wir ja noch einen Teamkollege mit Sergio Perez, der mir auch Paroli bieten kann. Also ich bin auch auf jeden Fall gefordert und ja, mal gucken, wie sich es entwickelt. Ich meine, Österreich ist eine Strecke, die mir sehr gut gefällt, eine meiner absoluten Lieblingsstrecken. Nicht nur an der Formel 1, sondern allgemein eine sehr geile Strecke. Und ja, ich würde einfach sagen, wir verlieren ja gar nicht so viel Zeit. Ich habe hier ein paar Teilen wieder ein bisschen rumgewechselt, dass wir auch ein bisschen aus besserer Kraft schöpfen können beim Getriebe. Sind wir gerade beim, ja, 5 und 6 Rennen abgeschlossen. Das heißt, das ist jetzt das 6. Rennen. Nachdem können wir wieder neues Getriebe ordern, was wir definitiv auch machen werden. Aber bei 53% Abnutzung ist es, würde ich sagen, noch absolut gut in Schuss. Und ja, also rein geht's ins Qualifying. Wir freuen uns, dass Sie uns wieder einmal während der heutigen Qualifying-Session Gesellschaft leisten. Lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie sich und genießen Sie die heutige Show, bei der uns hoffentlich ein spannender Wettkampf um die Pole Position geboten wird. Und während wir hier bereit sind und auf den Start eines hoffentlich spannenden Qualifyings warten, Stefan Römer, warum verrätst du uns nicht, was ein Fahrer tun kann, um in dieser einen Session das meiste aus seinem Auto herauszuholen. Naja, man ist natürlich durch die Park-Fair-Mehr-Regeln schon weitgehend eingeschränkt. In früheren Zeiten, vor dem Jahr 2004, konnte man in den freien Training-Sessions je ein Qualifying-Setup und ein Renn-Setup ausarbeiten und diese dann nach dem Qualifying wechseln. Das Rennauto war also bisweilen im Gegensatz zum Qualifying-Auto sehr unterschiedlich. Heutzutage muss man allerdings einen Kompromiss finden, der für beide Events passt. Während der Session gibt es nur ein paar wenige Dinge, die du anpassen kannst, etwa das Differenzial, Bremskraftverteilung und Frontflügelwinkel, aber das war's dann auch schon. Es geht also eher darum, das Vorhandene zu optimieren und den eigenen Fahrstil bestmöglich an die Streckenbedingungen anzupassen. Ja, und wir springen direkt mal rein ins Setup, welches so eine Mischung ist aus dem Setup aus der ersten Saison und auch ein bisschen einem Hotlab-Setup, wo ich mich auch mal ein bisschen inspirieren lassen habe, was so die Top-Elite der Welt für Setups für den Red Bull-Ring verwendet. Und ja, rausgekommen ist ein 5-6er-Flügel-Setup. Man könnte auch 4-5 fahren, aber da wir so eine gute Aero haben mittlerweile bei uns am McLaren, gehe ich hier ein bisschen mehr auf Sicherheit. Luftwiderstand ist ja mittlerweile auch perfekt geforscht, also das heißt, da werden wir auf jeden Fall nicht ausgebremst. Man könnte sogar vielleicht 6-7 gehen von der Flügeleinstellung, aber naja, man weiß ja nie, wie man es im Rennen vielleicht braucht, um eben zu überholen. Ja, ansonsten hier sehr experimentell tatsächlich. Also hier habe ich wirklich eine Mischung versucht aus dem Setup aus der Vorsaison, aus der ersten Season mit dem McLaren und eben so ein bisschen Hotlab-mäßig. Hat sich aber sehr stabil angefühlt und vor allem auch sehr direkt beim Einlenkverhalten. Ansonsten, wir fahren hier relativ viel Bodenfreiheit. Das braucht man einfach, weil der Red Bull-Ring doch sehr uneben ist. Und bremsen könnte man vielleicht ein bisschen mehr Bremsdruck sogar noch gehen, aber ich bin mir da nicht sicher, deswegen habe ich mich jetzt einmal mal für 88 Prozent entschieden. Und ansonsten bei den Reifen fahren wir vorne ein bisschen mehr Druck als hinten, einfach um ein bisschen mehr Stabilität auf der Hinterachse beim Rausbeschleunigen zu haben. Denn gerade der Red Bull-Ring, wenn man uns mal die Strecke nochmal anschaut, haben wir sehr viele Ecken, wo man wirklich sehr langsam rausbeschleunigen muss. Und da ist natürlich das richtige Dosieren des Gaspedals sehr wichtig. Und da hilft natürlich, wenn die Reifen hinten ein bisschen weicher sind durch den Reifendruck. Außerdem wird ja sowieso, wenn der Reifen sich erhitzt, sowieso wieder ein bisschen mehr und dann gleicht sich das alles auch schon wieder ein bisschen aus. Ich würde sagen, wir gehen diesmal tatsächlich mal direkt raus, weil ich nicht so wirklich weiß, wie stark die Konkurrenz ist. Die Trainingsprogramme liefen außergewöhnlich gut, was mich sehr überrascht hat. Deswegen bin ich mir ein bisschen in Sorge, dass... Ja, deswegen bin ich ein bisschen in Sorge, ob das wirklich so gut lief oder ob der Schein drückt. Man darf nicht vergessen, wir haben hier im Quali natürlich die Max-Mischung, die wir im Training nicht haben. Und deswegen müssen wir da mal gucken, wie sich das so auswirkt. Und was für Zeiten hier die Konkurrenz so ballern. Deswegen möchte ich am Anfang direkt eine Zeit setzen, gucken, wo wir stehen. Und dann je nachdem nochmal nachlegen. Ja, in der letzten Quali-Episode habe ich mal versucht, während der Timelapse, die ich ja selber schneide, ein bisschen Musik zu hinterlegen. Die einen fanden es gut, die anderen haben gesagt, na, die Musik hat mir nicht so gefallen. Ich werde jetzt diesmal nochmal dieselbe Musik verwenden. Aber wenn ihr irgendwo Vorschlag habt, was ich da runterlegen könnte, also wenn ihr da eine gute Idee habt, dann schreibt es mir gerne ab. Aber es muss natürlich Copyright-freie Musik sein, sonst kann ich es nicht verwenden. Aber schreibt mir, oder zumindest mal die Richtung, in welche Richtung es gehen soll. Ich bin dafür Vorschläge gerne offen. Gerade was Musik betrifft, naja, da tue ich mich immer schwer, eine gute Auswahl zu finden. Aber ja, wir gehen auf die richtigen Modi. Es geht jetzt auf die erste schnelle Runde am heutigen Tage. Und ich hoffe, ich fahre sie sehr gut. Also, auf geht's! Wir gehen auf die nächste schnelle Runde am vor. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, da hatten wir jetzt super viel Pech mit Verkehr. Ich meine, der Haas da oben jetzt in Turn 3, der war okay noch, aber ich weiß gar nicht, wer es war, aber irgendein Mercedes vor mir, der hat mich jetzt schon irritiert. Vor der letzten Kurve. Das hat auf jeden Fall Zeit gekostet. Wir hatten, glaube ich, in Sektor 1 sogar eine lila Zeit, nachdem mir scheint das Fahrzeug gut zu laufen, das erste Mal. Wir sind auch aktuell Dritter, trotz des Verkehrs, aber da gucken wir jetzt einfach mal. Perez natürlich legt nach, damit habe ich jetzt auch gerechnet, unser Teamkollege. Aber ich glaube, der Schein aus dem Training hat nicht gedrückt. Das Fahrzeug scheint hier wirklich sehr gut zu laufen und, naja, es ist auch eine Strecke, die mir einfach super gut gefällt. Ihr fahrt zurück in die Box. Und dann lassen wir die Zeit mal voll laufen, wir müssen so oder so nochmal rausfahren, um eben diesem, ja, Zeiten-Bug zu entgehen. Das ist ja immer ein bisschen nervig, aber dann nehmen wir einfach die Reifen hier nochmal, die brauchen wir sowieso nicht mehr, beziehungsweise die werden ja sowieso weggeworfen, wenn man so möchte. Aber das scheint auch schon mal ganz gut zu laufen. Also Mission, fünf Siege in Folge ist auf jeden Fall da und vor allem für mich persönlich die Mission wieder eine gute Leistung zu bringen. Frankreich war wirklich, da war ich nicht drin. Also es war ein super glückliches Rennen und, ja, geschenkter Sieg, aber so ist es manchmal, ne? Wenn man irgendwie eine Tabelle anführt, sei es hier in der Formel 1 oder sonst im Motorsport oder auch im Fußball, wenn man irgendwie oben steht, dann läuft es einfach immer für einen. Wenn man unten steht, dann hat man einfach immer irgendwie Pech. Und so kann man das Frankreich-Rennen auf jeden Fall betiteln. Wir sind jetzt aber ein bisschen auch abgerutscht, wie wir sehen. Ja, guck mal, Perra ist eine Sekunde schneller. Aber das könnte schon gut sein, dass ich da auch fast eine Sekunde verloren habe. Eine 3-3 ist auf jeden Fall eine starke Zeit. Meine Trainings-Bestzeit, ich weiß es gar nicht mehr, aber das war auch eine, also eine 3-5 bin ich im Training auf jeden Fall auch mal gefahren. Ich meine sogar eine 3-4 bin ich mal gefahren. Also ich könnte das auf jeden Fall schaffen, aber da gucken wir mal. Ich würde so oder so sagen, wir machen jetzt eine Timelapse. Wie gesagt, ich schneide die wieder selber, um diesem Zeiten-Bug zu entgehen. Musik-Vorschläge gerne, gerne. Jetzt aber erstmal nochmal die Musik vom letzten Mal. Und dann sehen wir uns, ja, so zwei Minuten vor Enden der Session nochmal. Musik-Vorschläge gerne, 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 gerne gerne So, viel hat sich tatsächlich nicht mehr getan, Hamilton hat jetzt nochmal eine Zeit unter 1,4 gesetzt und Paris hat nochmal nachgelegt, gerade in dem Moment, wo ich sage, Reifens sind noch dieselben ausgewählt, deswegen würde ich sagen, wir gehen direkt raus, bevor die Zeit abläuft. Und ja, ich denke, wir derzeit sind wir safe im nächsten Qualifying, also in Q2, aber ja, mich würde trotzdem mal interessieren, was wir jetzt mit den leicht abgefahrenen Reifen trotzdem hinkriegen, wenn wir denn eine freie Runde hinbekommen, das ist natürlich vorausgesetzt. So, da gehen wir mal auf alles normal. So, aber arg rumbummeln sollte ich nicht, sonst ist nämlich die Session wirklich vorbei. Meine Runde ist hier relativ kurz, wir fährten ja knapp über eine Minute nur, das ist echt krass. So. Ich hole hier schon in meine Outlabs extrem auf, ich weiß nicht, ist der auch gerade rausgefahren oder ist der schon auf der schnellen? Ein bisschen kann ich, glaube ich, noch ein bisschen federn lassen. So, ich gehe hier aber schon mal auf Hotlab und Max-Mischung, 35 Sekunden noch. So, jetzt aber hier muss ich den Schwung mitnehmen. Und nochmal Konzentration. Feuer frei. Ein bisschen zu schnell hier rein. Ein bisschen zu schnell hier rein. Obwohl ich optimal hier den Turn boffen. Dann gibt es noch Verbesserungspotenzial. Hier nicht optimal. Trotzdem deutlich bessere Runde. Es müsste Platz 2 sein. Herreszeit habe ich damit nicht geschlagen, aber ihr habt mich schon gehört. Ich habe hier und da wieder ein paar Sachen gesagt, die mir noch nicht so ganz gepalst haben. Und wir haben nicht viele Kurven. Das muss man zusammenkriegen. Eine 3, 5. Das geht auf jeden Fall noch besser. Und die Zeit ist schlagbar von Perez. Aber ich denke, Perez kann sich auch noch steigern. Also, das wird wieder ein heißes McLaren-Duell. Racing Point, ja, knapp dahinter. Aber ich würde sagen, wir gehen direkt weiter ins Q2. Und, ja, wenn wir gerade hier am Bildschirm sind. Immer wieder fragen mich auch Leute, mit welchem Schwierigkeitsgrad ich unterwegs bin. Also, ich bin mit 103. Meistens eben so zwischen 102 bis 104. Aber ich bin schon eigentlich seit Anfang der Saison mit 103 unterwegs. Habe da eigentlich nichts mehr umgestellt. In der ersten Season habe ich da immer ja wieder ein bisschen experimentiert. Und, ja, ich habe es jetzt die letzten Male einfach immer bei 103 gelassen, um das einfach auch nochmal zu beantworten und auch hier nochmal zu zeigen. Also, ich könnte es jetzt hier sogar umstellen. Mache ich jetzt aber nicht. Ja, wir bleiben einfach auf 103. Das passt so. Kleiner Tipp auch von mir. Ab Stufe 100 ist es so, dass jede weitere Stufe circa zwei Zehntel, je nach Strecke natürlich, ausmachen, wo die KI schneller ist. Also, würde ich jetzt mit 100 fahren, dann wären das drei Stufen niedriger. Das heißt, die wären sechs Zehntel langsamer. Im Prinzip könnte ich jetzt mit der Zeit, die ich gerade eben gefahren habe, Perez schlagen, indem ich einfach auf 102 gehe. Dann hätte ich die zwei Zehntel schon drin. Mache ich aber nicht, logischerweise. Das ist einfach nur so als kleiner Hinweis. Und, ja, jetzt gehen wir aber wirklich ins Q2. So, da wählen wir frische Reifen aus. Sie sind schon ausgewählt, das passt. Ähm, das passt eigentlich auch alles. Ich würde daher sagen, wir fahren jetzt nicht direkt raus, sondern machen direkt wieder eine Timelapse und fahren dann vor Ende der Session raus. Ähm, ich bin aber gerade überlegen, ob ich... Ne, das lohnt sich nicht. Ich hoffe, das klappt mit dem Verkehr. Ja, es ist zwar immer riskant, nur einmal rauszufahren und nur eine Runde zu setzen, aber... Äh, wir machen es auch wieder bei zwei Minuten vor Ende der Session fahren wir raus. Und, äh, dann gucken wir einfach, was geht. Ich muss ja nicht jetzt alles rauspreschen schon direkt. Das muss ja einfach nur für die Top Ten reichen. Und das sollte ja easy reichen, wenn wir keinen Verkehr haben oder ich einen größeren Fehler nicht mache. Aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, nur mit 98% Risiko fahre oder am Limit fahre, dann sollte ich eigentlich keinen Fehler machen. Die Betonung liegt auf eigentlich, aber so oder so. Nochmal eine Timelapse bis zu zwei Minuten Restzeit. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Ja, Perez hat wieder eine absolute Knallerzeit rausgehauen, aber auch Hamilton in einer 377. Das ist nicht von schlechten Eltern, so oder so. Wir gehen jetzt aber auch raus und versuchen natürlich eine gute Zeit zu setzen. Engine fired, we're set. Und, äh, was ihr nicht mitbekommen habt, ist, es ist tatsächlich Regen angekündigt. Obwohl die Wetterprognose eigentlich gesagt hat, es bleibt trocken. Könnte sein, dass am Ende von Q3 nochmal der ein oder andere Tropfen fällt. Aber das soll uns jetzt erstmal natürlich nicht kümmern hier in Q2. So, jetzt hoffen wir mal, dass wir gleich freie Fahrt wieder haben. Das hat aber in Q1 am Ende ganz gut gereicht. Ich glaube, das ist Weber und er ist auf einer schnellen Runde, deswegen, ja, fahren wir vorbei. So, jetzt lassen wir die erstmal ein bisschen noch ziehen. Zeit immer ein bisschen im Auge behalten. Das wäre jetzt so der Oberfail, wenn ich zu lange brauche auf meiner Outlab. Aber der Fail wäre natürlich auch, wenn ich zu nah am Vordermann dran bin. Okay, auf geht's, Konzentration. Unser einziger Versuch jetzt hier in Q2, um ins Q3 zu kommen. Ein bisschen zu Ende den hohen Körb mitgenommen. Ein bisschen zu Ende den hohen Körb mitgenommen. Boah, fast das Auto weggeschmissen. Da wollte ich jetzt ein bisschen... Nein! Jetzt ist das Spiel wieder abgestürzt, das gibt's doch nicht. Das ist doch lächerlich, ey. Was ist denn zurzeit los? Ja, okay, kurzer Cut. Yo, da sind wir wieder, mitten in der Outlab. Ja, ich weiß nicht, was das jetzt ist mit dem Bug. Das hatten wir ja auch schon in Frankreich, dass im Q2 einfach das Spiel abgeschmiert ist. Nervige Geschichte. Ich habe jetzt auch wieder mal die KI, äh, ja, quasi im Schnelldurchlauf fahren lassen. Deswegen sind die Zeiten jetzt noch mal krasser. Wir sollten es aber trotzdem schaffen. Die Zeit nämlich gerade eben sah gut aus. Hätte ich das zu Ende gefahren, trotz des kleinen Fehlers am Ende. Glaube ich, wären wir zwei da gewesen. Aber jetzt gucken wir mal. Nochmal Konzentration, davon jetzt nicht beeindrucken lassen. Ja, schon den ersten kleinen Ausritt gemacht. Aber jetzt können sie Ration, komm. Mensch, bei mir, meinen Dwohl die Zerst Situation best muftun. Nei, zwei, drei. Ich habe zwei, drei. Vielen Dank. Vielen Dank. alt... Untertitelung des ZDF, 2020 Bisschen zu früh eingelenkt, ich hoffe, das hat gereicht jetzt, 9er, das war kritisch, aber ganz böser Abflug, bisschen zu früh eingelenkt, dann auf diesen hohen Curb gekommen, da muss man echt aufpassen auf diese Randsteine, diese Bananen oder Baguettes oder wie man die auch immer nennen mag, aber ja, egal, es geht weiter ins Q3 und ich hoffe, ab hier läuft es völlig normal, also keine Ahnung, was das ist, vielleicht hat jemand eine Lösung von euch, das ist quasi die Engine, die da abstürzt, da kommt dann auch eine Fehlermeldung vom Spiel, dass diese Ego-Bumper-Fehlermeldung, und Ego ist ja eigentlich die Engine von Formel 1 und von den Codemasters-Rennspielen, so, wir nehmen das, wir nehmen mal ein bisschen mehr Sprit mit, wir fahren vielleicht zwei schnelle Runden und ihr seht, Regen kommt, deswegen, wir fahren direkt raus und jetzt zählt es, jetzt geht es um die Startposition und so ein Fehler, wie gerade eben, darf mir nicht nochmal passieren deswegen volle Konzentration jetzt Ja, unser Hauptgegner wird natürlich Peres sein, der jetzt genau gerade vor uns rausfährt und so, da können wir uns direkt mal hinten dran klammern, sozusagen und man sieht's, ja, die Wolken ziehen zu hier und ich will jetzt dann gleich ruhig sein mich konzentrieren mal kurz hier was umstellen bei mir ja, so, jetzt jetzt zählt's Ferrari ist ja noch nicht rausgefahren ich hoffe, die fahren jetzt nicht raus und dass wir freie Fahrt haben voll frei ein bisschen zu schnell hier rein keine optimale Runde, ey, komm we've only got two laps of fuel left wieder zu schnell hier rein, das gibt's doch nicht ja, das wird nix Problem ist, der Regen kommt, das heißt, ich muss jetzt direkt nochmal raus so ja, das war ja, ich weiß nicht jetzt muss ich auch noch warten nicht perfekt zusammenbekommen da bin ich nicht zufrieden mit der Regen wartet jetzt noch ein bisschen ich hol mir jetzt nochmal eine frische Reifen dann gehen wir direkt raus ich will die Pole haben, ey verdammt muss ich doch zusammenkriegen, diese perfekte Runde so die Reifen, wie sieht's mit Wetter aus, fünf Minuten heißt wir gehen direkt raus, oder? machen hier den Sprit nochmal weg jetzt und dann fahren wir direkt raus also wenn alles normal läuft sollten wir auch jetzt hier an der Stelle Platz zwei auf jeden Fall schon mal sicher haben aber ich will halt ganz nach vorne was ja auch logisch ist oh, da kommt ja schon der Regen verdammt ja, das war's jetzt schaffe ich keine bessere Zeit mehr Mann egal, ich versuch's trotzdem vielleicht, äh ne, eigentlich kann ich's vergessen also im Quali klar sind jetzt noch die Slicks schneller, aber ah, es ist ärgerlich ich hab's einfach nicht zusammenbekommen immer ganz einen Tick falsch eingelenkt und so nach normalen Umständen hätte ich die Zeit von Peres schlagen können aber irgendwie wollte ich vielleicht ein bisschen zu viel ich weiß es nicht ja, da ist kein Kript mehr da ich hasse es man hat sich wieder nur selbst geschlagen ja, ich hab's gesagt Peres muss uns und wird uns zur Höchstleistung anstacheln müssen das tut er auch beziehungsweise ja, sollte er oder er macht's aber ich bring diese Höchstleistung nicht das können wir vergessen dann können wir in die Box fahren ah, verdammt ey ärgerlich, Mann ich wollte die Pole haben aber nein wir müssen uns Peres geschlagen geben ich hab's nicht zusammenbekommen theoretisch wär's drin gewesen, aber so nicht wir gehen zurück in die Garage und, äh, ja können eigentlich die Zeit auch überspringen lassen weil die werden auch, äh, trotzdem Bug hier keine bessere Zeit mehr setzen mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top 3 Peres ein McLaren und Lewis Hamilton das Qualifying ist beendet jetzt können wir uns aufs Rennen freuen morgen sind wir live und ohne Unterbrechungen beim großen Preis dabei also auf gar keinen Fall vergessen einzuschalten so viele kleine Fehlerchen, ey Mann, das ärgert mich jetzt aber das ist der Ehrgeiz egal es gibt noch ein Rennen und für das gibt's Punkte nicht fürs Qualifying das wär eher so Prestige-Ding gewesen und, äh, ja jetzt gucken wir einfach mal Startgewinn und, äh, dann läuft das ähm, wir gehen trotzdem mal zurück zur Launch und sehen jetzt erstmal ja, dass wir da trotzdem gewonnen haben weil unser Vorsprung schon groß genug war sehr gut ähm ja, im Rennen soll aber trocken bleiben und dann bleibt mir einfach nur zu sagen an dieser Stelle das soll's gewesen sein mit der heutigen Ausgabe ich hoffe du hattest viel Spaß hast mir die Daumen gedrückt leider wie gesagt hat's knapp nicht gereicht aber im Rennen ist natürlich jetzt alles auf ein spannendes Team-Duell ausgelegt äh, das Rennen erscheint dann morgen hier auf dem Kanal würde ich mich freuen wenn du auch wieder einschaltest und, äh, dann würde ich sagen bis zum Rennen bis zum großen Preis von Österreich mach's gut Tschaui Tschaui